So Leute, grüß Gott zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Marcel und ganz ehrlich, schaut euch einmal den Scheiß-Trikot. Es ist weiß, ich sag schnimm, der Winter ist da und genau aus dem Grund fahre ich morgen mit meinen Leuten von den Redneck Trails ins Radquartier. Da ist es warm, da haben wir ein Dach über den Kopf und da können wir auch senden, was uns das Zeug hält. So, guten Morgen beieinander. Wir hocken jetzt schon meinen Bus drinnen und sind jetzt gerade auf dem Weg zum FC Forstern zum Freinsheim. Weil da steht nämlich unser Bus, den wir ausleihen dürfen vom FC Forstern, der hat neun Sitze und mit dem werden wir jetzt dann schön gemütlich zum Radquartier reisen. So, wir hocken jetzt im FC Forstern bereits Bus mit den ganzen fertigen Redneck Trails gehören. So, grüß Gott. Wir sind angekommen im Radquartier. Und heute haben wir dann so eine spezielle Challenge. und zwar, ich hab auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, welche Tricks ich so machen soll oder ausprobieren soll. Und ich sag, das probieren wir heute einfach mal aus, was ihr so sagt. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, dann fangen wir mal ganz gemütlich an, würde ich sagen. Der Paul Freerider, mein alter Spätl, der hat mir angeschafft, ich soll einen Backflip Superman machen. Das ist ganz gut zum Warnbären und den probieren wir jetzt mal ins Pit und vielleicht dann danach gleich auf dem Airbag. So, flipp Superman ins Foam Pit. Hat einigermaßen funktioniert. Jetzt probieren wir gleich mal auf dem Airbag. So, jetzt schauen wir mal, was wir als nächsten Trick machen müssen. Nächster Trick vom Stefan Borg. Ein Frontflip. Ich würd sagen, das ist eins von meinen Spezialitäten und den ziehen wir gleich durch auf dem Airbag. So, der Fronny ist geschafft. Und als nächsten Trick haben wir vom Lorenz Wagner einen Flip Whip. Haben wir erst mal auf dem Pit und dann auf dem Airbag. So, als nächsten Trick von dem Schwerverbrecher, der gerade den Flip fast nur den Kopf gegen Rampen gesetzt hat. Vom Nico einen Double Backflip. Und ebenso hat den auch der Musi BMX sich gewünscht. Aber ich darf sagen, den mach ich nicht auf dem Airbag, weil da ist mir der Kick ein bisschen zu klein. Den mach ich dann ins Thumbpit. Perfekt. So, der nächste Trick vom Schmidi Laurin. Ein Double Tail Whip. Da bin ich dabei, würd ich mal sagen. Was macht ihr denn jetzt eigentlich? So, die Biene ist jetzt auch am Start. Und ich werd jetzt später mal den Backflip probieren, hab ich gehört. Biene, was hat sie dazu? Na gut, ähm... Zwei Backflips. Zwei Backflips. Zwei Backflips. Der nächste Trick, der ist von meiner Freundin von der Regi Rides auf Instagram. Und die sagt, ich soll den Fronnie Nohand probieren. Ah, Juni! Da bin ich natürlich dabei, hallo. Das Rad ist gerade wie meine Fläse. Weißt du? Der Nico. Der Michi hat sich einen Frontflip Bar Spin gewünschen. Ich würd sagen, den probieren wir jetzt mal ins Thumbpit. Und dann werde ich den ganz sicher nicht auf dem Airbag machen. Aber okay. Der Berger, der Fronnie Bahr, der hat's am Teufel gesehen. Der Fronnie Bahr? Der ist scheiße. Aber ich probier ihn jetzt noch einmal. Einmal probier ich ihn noch. Help me. Help me. So. Ich hab's schon gesehen. Der Franz von Basten wird nimmer mein Freund. Das ist doch Kacke, ey. So. Der nächste Trick vom Bene S ist ein Backflip No Hand. Das ist ein Backflip No Hand. Der Maul Freerider ist ein 360 Invert. Ich würd sagen, den probieren wir safe aus. Der Flo Bike, unser kleiner Florian, der hat sich einen Double Truck gewünschen. Ich sag dir, das ist auch machbar. Ah! Oder? 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 Felix, du bist dabei. Oh! 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 Nein! Nein! Ähm. Ähm. Ah ja. Moment bitte. Moment. 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 Ähm. Den Dreier No Hand hat gecallt, der Jakob Heiss. Jakob, wir machen einen Dreier No Hand. So. Das ist der Fexer. Und der Fexer hat sich auf Instagram einen Quark720 gewünscht. Den probieren wir aber erstens vom Fischen. Okay. Fertig. Jesus Christ. Feierabend. Also. Merci, dass du das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Und ich werde mich neuerlich über ein Like zu dem Video und ein Abo gefreien. Das nächste Video, was ich hochladen werde, ist ein kleines Game of Bike mit Felix. Das ist auch noch vom Raubrad hier. Und ich gefreie mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Ich hau dir die anderen Videos jetzt einmal rein und du hast genau 3 Sekunden, dass das aufrast. 1 2 3 Habidiri